Ich glaube schon, dass wir über KI spätestens in eine Situation kommen, wo jetzt die gesamte Gesellschaft disruptiert wird. Sonst waren es immer Teilgruppen. Dadurch, dass jetzt White-Collar-Jobs und insbesondere auch ganz hochbezahlte Jobs sich verändern müssen, um nicht unterzugehen, glaube ich, dass wir uns miteinander in eine Klausur begeben müssen, um herauszufinden, wie wir das hinkriegen können. Wie wir hinkriegen können, dass menschliche Arbeit noch gewürdigt wird. Und das setzt ja voraus, dass sie es noch wird. Ich bin mir nicht sicher, ob der Wert der Arbeit so eigentlich da ist, dass wir ihn verteidigen können. Ich glaube, wir müssen ihn zurückgewinnen. Das ist was anderes. Wir müssen uns selbst befragen. Wir müssen verstehen, was es überhaupt zu verteidigen gilt, was das ist, wie das ist, ob das gut ist, wie es ist oder wie wir es uns wünschen. Und ich glaube, dass das ein Geschenk ist, denn es gab so wenige Anlässe zuletzt, das gemeinschaftlich zu tun. Wir müssen uns selbst befragen. Vielen Dank.